Und von daher ist ein Ferdinand Pusche gerät wieder, dann bin ich wieder in unser Zahn. So war dann irgendwo... Weil sie wissen nicht, wie gut du bist, sie denken vielleicht nicht so genau so positiv, und dann pushen sie nicht so leicht, aber wenn sie sehen, ist genug, dann ist alles alleine. Und dann, fünf Sekunden später bist du wieder genockt oben. Das muss aber von einer, von woanders kommend sein. Nein, der Kampf ist fix nicht, das weiß ich nicht. Weil du bist unten bei der Düse stammt und du bist einen Stock raufgegangen, und in der Tränenstelle noch immer auf dieses Haus genau von mir gestammt. Achtung, das Gas breitet sich aus. Zur Sicherheit, ich glaube okay. Ich glaube, dass ich unterschiedlich coldwand bin. Ja, irgendwo muss ich da rauskommen. Ich habe einen Kopfgelderauftrag gefunden. Ja, und wir sind nicht da rauskommen. Oder, ich habe raus, gehen wieder. Ja. Aber stehen bleiben und jetzt, das bringt nichts. Ja, ich bin tot. Ich bin alleine gewesen, Leute. Hier sind wir rausgesprungen. Ja, aber du stehst wieder genau in der Mitte. Das ist das, was ich selbst schon oben in das Spinal gebracht habe. Ich stehe in eine Ecke und warte, hör zu. Na los! Sollte da einer beim Fenster auch reinkommen, nämlich Buller? Willkommen im Gulag! Wenn du überlebst, erhältst du die Freiheit! Und warum du dort reinkommst? Weil ich mich auf die Spitze stelle. Mann, weil du geschossen hast und dann wusstest du genau, wo du stehst. Wenn du etwas zum Werfen findest, tu dir keinen Zwang an. Achtung, dein Teammitglied wurde besiegt und ist zurück zur Basis unterwegs. Der Kampf ist bereit. Warte dich bereit, du bist als nächstes dran. Wenn du hier gewinnst, geht's zurück an die Front. Verlierst du, ist dein Kampf vorbei. Nein! Du bist dran, Soldat! Zeig diesem Mistkerl, wo der Hammer hängt! Ah! Hier wurde der Arsch versohlt. Wir schicken dich zurück zur Basis. Dein Team kann dich noch freikaufen, wenn es genug Geld hat! Alles, du kannst dahinten Meistgesuchtauftragten! Geht auf die Jagd! Da ist der Weg von Bordensoder im Fazio! Wo seid ihr eigentlich gelandet? Ich bin direkt dort gelandet! Ich hab auch jemanden von hinten angehittet, während da noch geflogen ist! Na gut, das ist die Star-Talk! Gutes Spiel! Nur du bist halt wieder irgendwo damit herumgelaufen! Du schaust dich in deine Ecke, sondern schießt auf einen, den du irgendwo kriegen kannst! Weil er macht die Tür auf und rennt wieder raus! Und du schießt auf ihn! Aber weißt du, du bist? Du änderst deine Position nicht? Das ist die Tür! Das ist die Tür! Ich fahre! Achtung! Ein Teammitglied wurde als meistgesuchtes Ziel markiert! Schütze! BANG 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 Hallig fackt mich nicht immer Warum? Wie viel gerät bist du? War am Regenbieter Wie war denn das? Ich hab 5.5 gesagt, ich wusste ich es noch geantwortet Was soll ich auf 5.5 antworten? Oh, getroffen! Da war er in dem Haus, gell? Ja, ich weiß Aber der war sicher leider, dass er sich nicht erschossen Die Kuss sind... Also wir fassen zusammen Wenn wir auf dem Haus zulaufen Gerade im Endgame Und wir noch nicht safe sind Schießen wir auch nicht, dass ein LKW vorbeiläuft HV da fährt Ok, schießt mich nicht, ja Schreibst du, Alex? Nein, das war noch ein schönen Auto Ah ja, schreibst du Ich werde fahren Ich werde fahren Die Zeit Wirst du, dass aus dem Reflex heraus LKW kommt? Ja, aber hast du schon immer aus dem LKW rausgesossen? Ja, das wollte ich gerade sagen Du musst es eh nicht dafür, Norbert Für mich ist es schwer Aus dem LKW zu schießen Ja, aber nicht, wenn du nicht in Sicherheit bist Zum Beispiel Oder wir generell Fassen wir zusammen Ich soll eigentlich nichts machen Weil da kann ich mich gleich ins Ecke Und nichts machen Wenn ich nichts probier Nein, vom Haus aus Wenn wir alle drei zusammen sind Können wir ja schießen Aber du schießt allein auf den LKW Wo wir noch nicht entdecken waren Ja Und Dominik ist alleine vorne Stirbt dann im Haus Weil geschossen wird Die steigen aus Und holen mich Da werden wir auch leider nicht zusammen waren Genau Aber die wären gar nicht ausgestiegen Hättest du nicht geschossen? Wir wollten ja zusammen in das Haus gehen Ich wollte in das kleine Haus Weil ich wollte nicht in das kleine Haus Wo du zerfetzt hast Wir waren ja nur 15 Meter auseinander Aber diese 15 Meter haben den entscheidenden Vortrag gemacht Weil sie genau bei ihm stehen geblieben sind dann Weil sie auch ins Haus wollten Um uns zu holen draußen Ja Und das war dann der Unterschied Du kannst es halt probieren Aber du musst in der Luft bleiben Weil gleich kommt dann die Vortrag Ja Du kannst halt eh probieren Aber du musst halt trotzdem gescheit spielen Du erhältst deine Ausrüstung Ich mach mir einzig handeln Du musst ein bisschen zielmäßig denken was du machst Na sehr Was ich sehe ist schon Ich werde von unten dann abballert im Stadion Ich war heute im Stadion Zwei Mal Ich bin in den Stadion Bevor ich bin Ich freue mich Das Gas kommt näher Neue Sicherheitszone wird markiert Zeit wieder rückwärts Man kann auch gut sein natürlich Ich war für mich auch nur das allererste Mal Also es ist nicht so dass ich die Zähne runde davon Ich weiß Einmal im Stadion Ja Ich bin halt nie auf dem Stadion Aber heute waren wir zweimal Weil einmal war die Endzone da Achtung Feindliches Team verfolgt deine Position Na gut ich werde Ich kann es halt nicht Sind nur eine Kissen Ich weiß halt nicht wo die ist Ich glaube sie ist oben irgendwo Also halt so eben Feindliche Drohne über uns Ich hab kein Geist 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 Aber wir könnten uns gleich den zweiten Notort holen Ich hab kein Geist Ich hab kein Geist Ich hab ein Geist Da sind unviele Kisten noch im Stadion. Soll ich schon droppen? Jaja, sicher. Dahinten wurde geschossen. Verbündete Ausrüstungslieferung unterwegs. Meistere Fallen identifiziert. Das Gas breitet sich aus. Da sind Gegner auf jeden Fall. Ich hab nicht geschossen jetzt, aber wir sehen, wie soll ich mal anfangen. Ich weiß. Brauchst du Platten? Ja. Ja. Gib mir das Geld, ich drobe eine Panzertasche. Wollte jemand diese Panzer auf? Ich hab noch Platten, aber ich kann noch Geld haben. Ich drobe also noch Geld, meine ich. Wer nicht drohne, gescheitert auch. Warum? Wir brauchen Platten. Ja, wenn Alex sie hört und es droppen kann. Ja, aber nicht für... Ja. Ja, okay, ich bin schon ruhig. Sie hat alles falsch, was ich sag. Das ist nicht alles falsch. Das ist logisch, wenn wir keine Platten haben. Alex kann sich alle mit Platten versorgen. Beim ersten Teil sind wir weg zum Fenster. Ohne Platten. Mein Plan WGO 2, Police. Dein Wegpunkt. Und vom Police dann in die Zone. Good plan oder not plan? Wash plan. Kann man das anders machen. Ein können wir machen. Ich hätte die gerne Heaten vom Stadionkult noch. Die sind dann schon in der Zone dann. Mann, die sind dann schon in der Zone eigentlich. Nein, die waren nicht in der Zone. Die waren weit ausfällig. Ah, scheiße. Kontam, ich in Kontakt. Ja. Ich glaube, das ist schon so. Ah, vom Stadionkultag. Ja. Du wirst weich, Amigo. Was bleibt? Keine Zeit zum Ausruhen. Die kommen. Ja. Geht schon? Rein rein. Zwei sind runtergekommen. Ich gehe dann auf. Ah, das ist unser. Claimor einsatzbereit. Zone kommt dann langsam. Entweder wir springen dann nach links raus irgendwie. Du bist sicher. Du hast die feindlichen Verfolger abgehängt. Ich habe keine. Warum hast du keine? Wer da? Äh, die Panzer ist nicht gelungen. Ah. Habt ihr gesagt, dass sie getroppt wurde? Wo ist die hier? Ja, sicher. Jetzt ist sie schon weg. Ich gebe sie direkt auf. Hier oben wir uns, Susanna. Ich glaube, ich habe schon die Gleit. Ja, oben wir uns, Händler. Er hat echt gesagt, dass sie gesetzt ist? Okay. Ja. Okay. Wenn wir Platten brauchen, warum soll ich die Platten ein bisschen hemmen? Darum muss ich das kurz konzentrieren hier? Wir haben dafür bei uns. Ah, nein. Es ist aber nur. Und zwar sind wir am hochhaus. Wir müssen halt langsam. Händler. 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 Was ist denn da? Händler. Hatte du ein? Ja, ich bin eben schon wieder. Danke. Er mit ist unterwegs. Er ist ruhig. наши permeate. Bei Spezialmonie. Ich will die abfangen, wenn die da kommen. Ja. Aber leider ja. Da sind wir. Boah, da. Ich will die überhaupt nicht sehen. Warte, ich geh rüber. Du wirst weich, amigo. Nein, von da bin ich, ich werde nicht geschlossen haben. Oha, von da auch? Ja, von da. Aber du bist doch zuerst von rechts weggeschossen worden, oder? Ja, aber der vom Dach ist ja auch noch rum. Und der hat uns da noch gesehen. Den vom Dach habe ich nicht gebootet. Ja, habe ich halt einmal angeschossen. Ich dachte, du siehst es. Das war aber ein anderes Team, oder? Mhm. Waren es nicht drei laufen? Einer am Dach und zwei dort. Zwei waren am Dach dort. Es waren zwei oberen Dach. Ja, uns, ja. Da sind vorhin zwei runtergegriffen, Alex. Vielleicht hast du dich da verschaut. Ja, und einer ist wieder hochgefahren. Ich habe mich nicht verschaut. Das sind fix drei jetzt da. Das ist fix ein anderes Team. Dann sind das die, die in den Stadion gekommen sind. Da hat jetzt halt auch der Callout gewählt, dass oben auch einer ist. Weil ich dachte, das sind fix der von euch. Nein, das ist kein Callout. Den haben wir schon. Darum sind wir ins Haus gelaufen, weil der mich aber abgeschossen hat. Dass da einer am Hochhaus ist. Das haben wir schon gewusst. Vor allem hast du, als du mich wiederbelebt hast, hat er noch einmal auf mich geschossen. Das sieht man eigentlich auch. Aber ich wollte dir dann sagen, was los. Aber dann war es schon zu spät. Das war schon spät. Das war schon spät. Wann? Wann? Er war was gelegen. Ich konnte nicht. Ich habe ihn nicht gesehen. Hä? Häh! Also ich warte noch nicht die Wichser. Die Wichser hat es jetzt ausgestiegen. Okay! Wie? Schade! Wie? Verlade! Diese Runde ging an den Feind, aber wir kommen wieder um das Zähnchen zu bringen. Aber so, am T-Chat macht aber was. Genau, wir transportieren lieber, wir gehen bitte.